Junge, das wird so ein anderer Content von dem, was ich bisher gemacht habe. Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf diesem Schnicken, normalerweise Streaming-Kanal. Heute gibt es das erste Minecraft-Video hier. Das stimmt nicht. Ich habe das schon mal gemacht und dann wollte ich eigentlich durchziehen, habe dann Minecraft wieder deinstalliert. Also nicht deinstalliert, aber nicht mal weitergezockt. Heute habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt wieder mal Minecraft zocken, aber ich will nicht einfach nur zocken. Ich will eine kleine Challenge haben und deswegen gibt es heute eine Challenge. Ich denke nicht, also ich glaube, ich werde etwas länger brauchen als die meisten anderen. Ich muss das Nether-Portal passieren. Problem ist nur, ich habe dafür bloß 30 Minuten Zeit. Ich habe einen Timer auf meinem Handy. Ich zeige euch auch immer die Atomuhr rein und dann sage ich, jo, es ist 15 und 12 und da steht ja auch Dings und so, dass das nicht Fakey-Makey ist. Ich muss in 30 Minuten immer ein Nether-Portal finden. Wenn ich die 30 Minuten nicht geschafft habe, dann neue Welt. Scheiße, Versuch Nummer 2, 12. Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall sehen. Ich bin sehr gespannt, wie nubig ich da überhaupt reingrinde. Leute, ihr hört vielleicht im Hintergrund schon ein bisschen die Minecraft-Musik. So, wir gehen rein in die Masse. Ich freue mich so mega. Wirklich, ich habe richtig Bock auf die ganze Sache. Und dann gehen wir mal rein. Bestimmtes Fenster erfassen ist immer noch. Äh, Minecraft. Zack. Müsste gleich das Fenster kommen. Alter. Das wird, ey, das wird so schwer. Wir sind übrigens in der Entwicklungs, äh, in so dieser Entwicklungsversion. Und diese neue 2005-A irgendwie Snapchat-mäßig. Bin ich sehr gespannt. Ich bin nicht so ein Minecraft-Pro, Alter. Ich werde wahrscheinlich Fehler as Fuck machen. Und sobald wir hier, sobald wir hier den ersten Versuch gestartet haben, geht es los. Man sieht's, es ist 15.14.07. Oh, das tut mir so leid, ne? So, so, so behindert gemacht, die Scheiße. Aber man sieht's. 15.14. Sonntag, 5. Februar 2023. Ja, und ich hab, äh, ich hab hier ganz normal meine Uhr auf dem Handy. Da geb ich immer die 30 Minuten ein. Ihr werdet dann auch immer den Schlag hören, beziehungsweise den Sound, der dann kommt. Und dann heißt das zum nächsten, zur nächsten Welt. Äh, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich geh rein in die Masse. Wenn ich drinne bin, dann setze ich den Timer, zeige ich euch auch nochmal kurz, ne? Ey, das ist so, so ein wildes Gerang hier. Kann ich nicht so machen? Schade. Gut. Dann, äh, wir erstellen die erste Welt. Erster Versuch. Let's go. Auf in die Masse. Ich werde euch auch immer durch ein bisschen nerven und ein bisschen quatschen und sagen, wie es danach weitergeht und so. Mal schauen, ob ich es überhaupt hinbekomme. In 30 Minuten. In 30 Minuten. Wir machen so, weil wir machen normal. Ich muss normal verzeigen, sonst verrecke ich nur noch. In 30 Minuten ein netter Portal schaffen. Das heißt, wir brauchen drei Grundsachen. Zwei Eimer brauchen wir. Lava-Quelle brauchen wir. Also, ein Lava-See wäre am besten. Und dann ein Wasser-Bucket, ne? Also, Wasser-Quelle. So ein viermal, äh, einmal ein Block, äh. Ist das richtig? Ja. Ne, zweimal zwei Block. Ne? Perfekt, Diggi. Okay. Wir starten. Nein. Great New World. So. Ich bin, ich bin aufgeregt. Ich bin gespannt, wie viele Versuche ich brauche. Ich tippe auf einige. Hier ist der Countdown. Und let's fucking go. Das erste, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich erstmal, äh, Grundsachen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich werde auch auf den Timer so gar nicht achten. Ich werde meine, meine Lautstärke in den Kopfhörern ein bisschen runterdrehen, dass ich den Timer dann auch höre. Aber der ist laut genug, ne? So. Wir fangen auf jeden Fall erstmal mit der Grundsache an, ne? Erstmal ein bisschen Holz hier. Schnitzel da. Dann natürlich hier. Äh, was? Bro! So nüt bin ich nicht. Ich bin schon mal besser als Montana Black, Diggi. Zack. Zack. Yo. Okay. Das wäre natürlich richtig cool. Wir müssen natürlich auch zwischendurch aufpassen, dass wir natürlich auch Essen und so kriegen. Das ist natürlich auch noch sehr, sehr wichtig. Boah, ey. Noch länger als gedacht für diesen Mist. Müssen wir auf Monster achten. Aber jetzt erstmal so das Wichtigste schlechthin. Und wir müssen Eisen finden. Eisen ist natürlich auch, äh, eine Grundprämisse, wenn wir die einmal natürlich machen wollen. Ist ja logisch. Und, äh, ja. Ist natürlich, äh, jetzt ungünstig wahrscheinlich hier gleich am Anfang schon rein zu rushen. Kohle braucht man eigentlich auch. Aber ich geh noch nicht tiefer rein. Das macht man noch nicht. So, ne. So, erstmal für die Tiere. Dann, äh, jedenfalls ein Schwert machen wir uns schon mal. Obwohl, ist eigentlich sinnlos. Aber egal. Und wir machen uns ne, ne, Steinspitzhacke. Das ist so immer erst das Erste, was ich mache. Sowieso, ganz klar. Aber, äh, jetzt ist natürlich das Wichtigste hier Wasser zu finden. Eisen zu finden. Und ein Lavasee zu finden. Und da bietet sich so eine Stelle natürlich hier direkt gut an. Ob ich jetzt da rein will? I don't know. Ich weiß nicht. So gut bin ich nicht. Nigi, wenn mir so ein scheiß Skelett kommt und ich hab kein Schild, dann bin ich am Arsch. Ne? Ich geh ja schon drei Minuten rum. Diese Uhr wird mich jetzt so unfassbar triggern. Ich, ich weiß nicht, ob ich direkt... Ja! Was willst du? Junge, der Bro. Ich dachte, er wollte mich töten. Ich konnte da nicht mehr. Also, wir wollen. Natürlich. Jeder will mich. Mal schlachten. Das ist ganz gut für die Prämisse. Äh, wichtig ist natürlich jetzt auch, uns Snacks ranzuholen. Und so Snacky Snacks. Eine Biene. Du bist natürlich nicht lecker. Dein Gift, äh, schmeckt mir nicht. Hier immer mal reingucken. Ist mir ein bisschen zu gefährlich noch an dunklen, dunklen Orten. Dark. Digga, ich brauch auch, äh, merk ich gerade, natürlich dann, äh... Na, sag, Bett. Äh, komm ran. Ja, gut. Mal hier noch ein bisschen Holz. Digga, diese Musik schon wieder, ne? Und wir haben nicht genügend Stein mitgenommen, ich Idiot. Haben nicht genügend Stein mitgenommen. Das ist meine erste Challenge, die ich mache, ne? Und mir auch selber ein bisschen... ...zure Motivation gebe. Ist schon ganz cool. Ich bin sehr gespannt. Diese Atomohr benutzen übrigens meistens, äh, Food, also Food-Content-Leute, ne? Die so essen. Oh, Franklin. Hervanio weiß ich gar nicht. Ich glaube, der benutzt sie gar nicht. Da schneidet er auch seine Videos so, dass man nicht alles sieht, was er gegessen hat. Aber es ist völlig fein. Mal so als, äh, Neben-Fact. Digga, das kannst du nicht reinpischen. So, ich brauche jedenfalls... Oh, halt, das... Die erste Welt wird scheiße. Ich hab... Es wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn ich es direkt schaffen würde, ne? Es ist natürlich auch eine Frage des Glücks. Also, wenn ich hier in der Nähe gleich natürlich übelst Lack habe und gleich einen Lavasee und so sehe. Ich bin mal gespannt, ob ich das Portal überhaupt gegossen bekomme. Aber, ja, so schwer ist es nicht. Ich werde natürlich auch hier so ein bisschen schneiden, dass es ein bisschen interessanter hier ist. Ich hab schon... Drecks Keulen. Ich brauche unbedingt was zu fressen. Ja! Ja! Wichtig! Auch wichtig! Zack! Nice! Läuft hier. Mensch. Dein. Dein. Auch sehr wichtig. 24, 40. Ich glaube. Die... Alter, die kann weg. Die brauche ich nicht mehr. Das Problem ist, wenn ich hier in so eine Challenge, wo halt... Wo es halt zeitabhängig ist und auch hier mit einer... Holzspitzsäcke weitermache, dann brauche ich ja noch ewig, ey. Let's go! Also, das ist natürlich ungünstig, wenn der Crafting Table auch dann... im Inventar drin steigt. Im Inventar drin steigt. So. Zack. So. Zack. Okay. 24 Minuten. Das ist eigentlich noch chillig. Das ist übelst chillig, Carla. So. Yes. Nehme einfach mit. Zack. WUH! Wir können der Weile... Hä, was mach ich denn? Digi, hier ist Stick in die Hand, oder? Bro... Also, vor allem, ihr denkt jetzt so... Ja, so ne halbe Stunde, Digi, netter Portal... Das ist easy! Aber es kommt halt drauf an. Es kommt auch ein bisschen auf Glück drauf an. Ich würd' sagen, es gilt jetzt bloß beim Portal gießen, oder so, aber... Auch, weil ich es halt bloß gesehen hab und noch nie selber groß gemacht hab. Ich hab... Ich weiß nicht, ob ich ein Portal gegossen hab. Also, nicht in letzter Zeit auf jeden Fall. Vielleicht... Bestimmt mal irgendwann, aber ich... Kann mich nicht mehr dran erinnern. So, wir nehmen jetzt erstmal alles mit, ne? Und dann hoff ich, dass wir jetzt irgendwie... Ich guten Place finden, ne? Oh! Oh! Chillig! Ja, weiß ich nicht. Habe ich... Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock? Wahrscheinlich würd' ich da unten besser im Portal gegossen bekommen, klar. Aber... Ich weiß nicht. Ich... Ich will nicht in diese Monsterhorde reinrennen. Und... Wenn... Wenn... Wenn dich ein Skeleton gleich am Anfang trifft und du keine Rüstung hast, nichts... Kein Schild... Alter, dann bist du dead. Dann kannst du's vergessen. So. Let's go. Der Minecraft-Profi! Jo! Das kann nicht sein! Digga, das kann nicht sein! Hä? Wie krass! Das ist... Das ist... Hä? Das ist nicht dein Ernst! Jetzt... Hä? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich geh jetzt doch in die Höhle da vorne. Ich geh jetzt doch in die Höhle da vorne. Wir haben sogar... Hä? Wir haben sogar hier ne... Oh nice! Das könnte ja ganz easy was werden. Wir müssen... Wir machen uns jetzt erst mal... Hä? Wenn ich das First Try schaffe... Das wäre ja richtig... Ja, das wäre ja schlecht für'm Content, ne? Aber... Oh, Bro! Halt... Halt halt dein Maul! Als ob ich so Luck hab gleich beim ersten Mal! Ey, ich hoffe hier ist ein kleiner Monster! Ich hab keinen Bock auf Monster! Was war das? Was? Was war das für ein Kack Geräusch? Ich hab... Das Geräusch noch nie gehört! Okay... Let's go! Wir machen erst mal ne Fackel... Beziehungsweise mehrere... Diggi... Bro! Au! Höhle! Höhle... Das ist grad so geil! Als ob das direkt was wird! Aber kein Eisen hier! Leider... Leider kein Eisen! Aber ey, ganz ehrlich! Für... Für dieses Gefühl einfach durchzuziehen, ne? Irgendwie will ich's nicht schaffen! Bin ich ehrlich! Ich hab das auch noch nie gemacht, ne? Das ist, äh... Das andere! Kohle Farben! Wer will das sehen? Kein Mensch will das sehen! Oh! Ja, Diggi! Hier! Komm! Ist doch gleich soweit! Jetzt kommen wir natürlich auf die richtige... Äh... Es ist die richtige Position jetzt einfach sich nach unten zu graben. Achso! Ich hab übrigens vergessen zu erzählen, sobald ich sterbe ist das Ding auch vorbei, ne? Und wenn ich's schaffen sollte, dann guck ich, dann werde ich in den späteren Streams... Also ich werde dann das Ding nur noch streamen. Das erste Feed ist halt ein Video. Gucken, ob ich zwischendurch noch ein Video mache, wo ich halt sage, so direkt diese Challenge nehme ich. Wenn ich dann streame und ich leute in meinem Chat habe, dann wär's schon geil, dass wir da vielleicht so ein bisschen Challenges machen können. Und nicht einfach nur so Wild Minecraft durchspielen. Ich hab das auch übelst lange nicht mehr durchgespielt. Ich weiß gar nicht mal, wie das geht. Ich kenn mich gar nicht mehr aus mit den ganzen Enchantments und so. Dann muss ich mich übelst reinboxieren. Ah, Tickel. Ah, Tickel. Ah! Pech. Kein Eisen. Aber bitte sag doch nicht, dass die die Eisen-Raid runtergedreht haben, oder? Das kann natürlich auch sein, dass die gesagt haben, Eisen spawn zu. Ja gut. Äh, nö. Das meint man lieber. Für die Challenge bist du ungünstig. Hier ist auch noch was. Vielleicht weiß ich doch selber. Hm. Egal. Vor fünf Minuten. Nicht mal. Man könnte sich jetzt auch einfach runtergraben, ne? Und auf Eisen hoffen. Aber... Ich weiß bloß, dass Eisen nicht mehr ganz oben spawnen, ne? Der... War ja glaube ich, äh... Wurde die Rate übelst runtergenommen? Oder... Spawn die gar nicht mehr oben? Das weiß ich gar nicht so richtig, aber... Es wurde auf jeden Fall schon mal... Ähm... Wie sag mal? Genervt, ne? Nerf... Nerfing? Ja, hier ist einfach... Ich muss raus! Ich muss raus! Raus! Äh! Hehehe Hä? Oh nein... Chip! Ist das... Hä? Hä? Was ist das? Das ist doch kein Schiff, oder? Hä? Wie Lack kann man... Ja, okay. Das war nichts mit Lack, aber... Ist das alles? Hä? Wie viel Lack kann man haben, was man gleich für einen Spawn bekommt? Kann hier noch was sein, oder... Ist das das Einzige? Ne... Sieht nicht so aus, als ob es da noch was gäben würde... Schade... Bin bissl verschnöpft, du... Jaja... Schade... Schade, aber auch nicht... Wie gesagt, ich will dieses Gefühl haben... Schade... ...undig... Schade... ...undig... ...undig... Das ist nicht so aus... Schade... 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 Engel, die... Tu嘿... D交st... Schade... ...undig... ...undig... Scheisse! Okay, die Hälfte der Zeit ist rum. Verliere ich jetzt weniger Keulen auf einmal? Ich hab so irgendwie das Gefühl. Ui. Äh, ja. Bei der war ich vorhin ja auch schon, ne? Da hab ich nie gesagt, jetzt hab ich aber Fackeln, deswegen... Mal gucken. Egal, der ist ja schon Deep Slate, oder? Yo! Das kann nicht sein! Ich brauch sechs Stück, ne? Um einmal zu machen. Das sind sechs. Das sind genau sechs! Hä? Das sind sieben, okay. Ich kann nicht zählen. Ah, scheiß drauf! Scheiß drauf, Brudi! Wir haben's! Hä? Jetzt geht es ja nur noch darum, das Portal zu gießen. Und das war die Challenge, die ich mir selber gestellt hab, wo ich gesagt hab, nee, das wird schwer für dich. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganz harten Bros und sagen so, nee, das ist doch übelst einfach! Ah, halt dein Maul! Ja! Vielleicht für euch! Hä? Oder für mich auch, aber ich weiß es nicht! Keine Ahnung! Ja, und jetzt sterben! Mit all dem Stuff! Äh, ich hab die Idee! Wir machen jetzt... Warte! Ach, Quatsch! Brauch ich doch gar nicht! So, wir brauchen... Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, genau, so machen wir das. Zack! Und dann machen wir hier wie so ne Wand. Das müsste reichen, ne? Zack! Da kannst du hier... Ja gut, ich laber nicht, ich zeig, oder? Das war... Ey, wenn das die Challenge ist... Was laber ich eigentlich die ganze Zeit? Ich will doch nicht mein Fleisch braten. Ich will... was braten. Und dann mach ich's natürlich auch mit der Falte mit dem falschen Rohstoff. Jaaaa! Moody! Ja, wenn ich jetzt... Weißt du, was lustig wär? Wenn ich so ins Nether komme und ich sterbe direkt. Irgendein scheiß Gas sagt... Die Mann ist weg hier! Das wird nicht passieren, oder? Bei meinem Lack manchmal? So, wir können's den ersten Eimer machen. Hä? Wie einfach war das? Ich dachte, das wird so schwer. Zack! Erster Eimer. Und damit... Wir warten jetzt gar nicht länger. Ja, wir machen uns jetzt natürlich hier so ne... Ähm... 2x2... Endlose-Wasserquelle. Logisch. Junge! Nee, Quatsch! Ey, manchmal... Manchmal schaltet das Gehirn einfach aus! Das ist einfach vorbei! So, und dann muss ich ja ins Gegenüberlegen, da... Also ins Diagonale... Da noch die Wasser... Den Wasser... Platzieren! Diplom! Bubble! Rache lernen, Bubble! Ah, genau! So alt, das Ding, ne? Das hat man vielleicht vor drei Jahren genutzt. Aber doch jetzt nicht mehr! Bam! So, und jetzt... Scheitere ich daran zu wissen... Na, mal gucken. So, wir haben... Den zweiten Eimer. Hörlich! Es fühlt sich... So gut an! Tu mal den natürlich hier rein... Und wir machen... So hier... Jetzt, äh... Weiß ich nicht mehr... Ob das... Ah, so geht das auch! Interessant! Äh... Dann machen wir doch... Genau, wir machen so, ja! Äh... Ah, ich weiß grad nicht, was das auslöst, ne? Der Wasser wird... Das Wasser wird zur Obsidian, oder? Äh... Ne! Quatsch! Das Wasser ist ja geblieben! Das Wasser ist ja geblieben! Also genau andersrum, das... Die Lava platzieren... Da... Ah, 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 ah! Digga! Bin ich dumm! Äh... Das Wasser ist geblieben, genau! Okay, das darf nicht nochmal... Ja, okay! Okay, das war... Dämlich! Jetzt habe ich... Jetzt habe ich einen... Hänger gehabt! Jetzt habe ich einen kompletten Hänger! Also... Hä? Warte mal! Oh nein! Ich brauche doch noch Flint in Steel! Bin ich dumm? Ich kann das doch gar nicht entzünden! Dä... Ja gut, das war's dann! Das war's! Meine lieben Freunde! Das war's mit der ersten Welt! Mit dem ersten Versuch! Ich habe daran gar nicht gedacht, dass ich Gravel sammeln muss! Fail des Todes, Junge! Fail des Todes! Aber hey, das war ja zu bitter, ne? Also die Lava wird zu Wasser! Haben wir jetzt schon beide? Die Lava... Wird zu Wasser! Das bedeutet... Lava... Wird zu Wasser! Okay, ich übe jetzt schon mal für einen zweiten Versuch und dann wissen wir, wie es besser wird, ne? Bam! Das sieht, äh, gar nicht so schlecht aus, aber wir müssen ja aufpassen, dass wir unsere Lava-Quelle nicht kaputt machen! Äh... Scheiße! Wir haben unsere Lava-Quelle kaputt gemacht, oder? Haben wir... Warte mal... Können wir die nicht... Oh, Alter! Ich seh's schon kommen! Das war so übelster Fail! Mach das! Bro! Ich muss noch eins... Zwei... Drei... Warte mal... Ich brauch drei hier, ne? Eins... Zwei... Drei... Fünf... Oh, fünf muss ich noch gießen! Ich hab keine Lava mehr, Dicki! Ja, das schafft man nicht! Das schafft man nicht! Leute! Ja, gut! Damit ist der Timer! Das ist der Rum! Ne? Wir löschen den wieder komplett! Gehen wieder auf 30 Minuten! Zeigen wieder Atomuhr! Es ist 15... 38! Sehr interessant! Ah! Okay! Ich hab vorhin ein was nicht bedacht! Ich hab vorhin nicht bedacht, dass wir das Flint in Steel brauchen! Das heißt, ich hab Kies gemieden! Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Kies vorhin gesehen hab! Ah, Bruder! Das war dumm! Ja, gut! Dann, äh... Deleten wir die Welt! Damit ihr alle Zeuge wärt! So, ne? Zweiter... Versuch! Ah, Junge! War das bitter! Great New World! So, ihr seht das natürlich wieder! Logisch... Oh, oh! Oh, oh! Aber mein Video nimmt ja noch auf! Ist ja jetzt nicht so schlimm! So! Wir haben wieder... Timer! Ne? Gehen wieder in die Welt direkt rein! Ich bin gespannt, ob es vom Platz her genauso gut wird! Oh, sorry! Ich bin ein paar Schritte... Also zwei Schritte bin ich grad gek... Jo! Du zähl ich gescheitert! Ritter! Versuch nicht was! Ja, komm! Diese... Diese... Diese zwei Schritte, die muss man mir lassen, oder? Man hat's ja auch gesehen, so... Oh mein Gott! Ey! Ich bin an so ner dummen Sache gescheitert! Ich hab nicht an das Flinten-Stil gedacht, das... Oh! Nö! Nö! Ja gut! Okay, passiert! Weiter! Wir haben auch das Ding falsch gegossen! Also die Lava wird immer zu den Obsidian! Und äh... Nächstes Mal baue ich das Ding ein bisschen größer! Hab ich gemerkt! Und äh... Ich darf die Lava nicht so in der Nähe haben! Wenn ich das Wasser da drauf gieße! Das ist... Das ist Butter gewesen! Also... Scheiiße! 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 Zack! Das ging eigentlich... Relativ... fix hier, ne? So! So! Aber ich hasse das, wenn... Wenn die aus Versehen... Wenn man die aus Versehen hier... Mit einer... Ja gut! Äh... War hier ja... Natürlich jetzt schon... Stein! Das ist gut! Und Gravel mitnehmen. Gravel mitnehmen. Gravel abbauen. Das geilste wäre natürlich, wenn wir ein Dorf finden. Das ist mir gerade so aufgefallen, dass ein Dorf vielleicht die beste Variante wäre. Maybe. Wir haben gelernt. Wir lernen ja mit jeder Welt weiter. Und wir haben gelernt, Meerschein mitnehmen. Ist wahrscheinlich auch schon zu wenig, weil ich mache ja mit denen jetzt hier schon einen Ofen. Dann mache ich natürlich hier wieder eine Axt, um am Anfang wenigstens die Tiere so zu killen. Und wenn so lustige Zombies Bock haben, mich anzugreifen, die mache ich dann auch noch mit dem Ding. Alle. So. Hubert, was ist mit dir? Ja, sorry, aber das muss... Ne, wenn man springt, macht man ja mehr Schaden. Das finde ich gut. Ich bin... Alter, ich bin so gespannt jetzt. Ob es vielleicht Second Try wird? Maybe, oder? Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr davon? Denkt ihr, es schafft den Second Try? So, hier ist Gravel. Guck mal. Aber man kriegt es auch mit der Hand, oder? Ich hoffe, das haben die nicht geändert. Das wäre so beschissen. Hä? Passiert ja gar nichts. Warte mal. War schon wieder der Crafting Table da reingerutscht, ey. Okay, ich hasse das. So, wir machen... Sorry, wenn ich manchmal ein bisschen zu langsam bin. Yo, Flinte. Ja. Nice. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Rezept ging, aber das werden wir dann sehen. Ich glaube, das war einfach bloß diagonal. Genau, ein Bett brauchen wir noch. Richtig. Richtig und richtig. Zack. Zack. Und Schwein. Meine Fleisch schmeckt der militanten Veganerin am besten. Bro, das ist so böse. Zack. Ich bin angespannt, bin ich ehrlich. Ich bin angespannt. Oh, was ist hier? Nichts Gutes. Oh. Oh, hallo. Jo. Nehmen wir. Nehmen wir mit. Kohle. Ja, irgendwie... Kennt ihr das? Am Anfang freut man sich so übelst krass über die Kohle. Und irgendwann hast du so circa zwei, drei Stacks im Inventar, wo du dir einfach nur denkst, Alter, wenn jetzt noch mal Kohle kommt. Oh, da kommt die nächste Kohlequelle mit 20 Kohle. Und du denkst so, muss ich die jetzt abbauen? Oder baust du die doch noch ab? Oder nicht? Oder... Aha. Das sind die Probleme des Alltags. Zack. Hier kann ein Baum jetzt wachsen. Ich bin umweltbewusst. Jo, 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 jo. Das ist jetzt die Frage, soll ich direkt schon was moken? Oh, hallo. Das ist natürlich so ein Ding hier. Buh. Ja, Bruder. Das ist natürlich hier jetzt so ein Biom, wo man ganz schnell in ein Dorf auftauchen könnte und das wäre so Hammer. Dann brauchen wir halt noch Lava. Und das ist das Schwierige an sich. Bruder. Bamm. Bamm. Gummy yummy. Porkchop. Porkchop. Ich frage mich, warum ich nichts mehr essen kann. Mein Hungerbalken ist komplett voll. Ja, ja. Bro. Bros halt. Problem mit das Bros. Aber war das so, dass ich, wenn ich jetzt Flint habe, die hier rein und Eisen hier? Ich glaube, so war es mal. Ich weiß es nicht mehr. Aber vielleicht hilft das Erinnerungsvermögen abweiter, obwohl es bei manchen einfach scheitert. Das macht krass. Muss ich ehrlich sagen. Ich hasse das eigentlich immer so wieder zu Beginn. Aber keine Ahnung. Das ist die erste Challenge in Minecraft. Das ist schon ganz cool. Ich will doch einfach mal diesen Basti GHG-Vibe haben. Das möchte ich einfach mal haben, weil das... Keine Ahnung. Also Speedruns von mir, so Minecraft durch, würde es glaube ich eh nicht geben. Ich bin... Ich muss erst mal alles wieder... alles erst mal wieder lernen. Das war nicht ganz von Anfang an. Ich kann in Minecraft schon mal laufen. Monde, der musste ja komplett mal klarkommen. Das fand ich auch cool, wo der angefangen hat, Minecraft zu machen. Dieses Jahr, mein erstes Mal Minecraft, obwohl er bei Ravensight schon damals mit dabei war. Reeled. Aber gut. Hier sind noch Kupfer. Also Krütze. Und jetzt ist natürlich wieder wichtig, irgendwo Lava zu finden. So. Wir gucken hier rein. Wir gucken natürlich überall rein. Soweit es geht. Und hier ist schon mal ganz gut, wieder Kohle zu haben. Dass wir uns ein paar Fackeln machen können. Oh, das reicht schon. Das reicht schon. Das reicht es. Nur für den Anfang. Hier können doch auch manchmal Eisen spawnen. Das wäre ganz gut gerade. Also würde ich begrüßen irgendwie. Ich habe hier irgendwas gehört. Guten Tag. Kupfer. Überall Kupfer. Also. Kupfer, mit dem ich jetzt noch gar nichts... anfangen kann. Ja, toll. Einer. Wow. Bruder. Das war zu viel. Bitte nicht so viel auf einmal. Und das war's auch schon wieder. Wie viele haben wir? Vier. Ja. Zwei mehr und ich bin glücklich. Und die Fackeln nehmen wir auch mit. Oh, ich habe was übersehen. Okay, ein mehr. Und ich bin glücklich. Wir können direkt auch gleich wieder... Was ist denn das? Ach, das ist ein Maultier. Oder? Also ein Pferd oder ein Maultier? Stimmt. Ja, was haben wir hier schon wieder für einen kranken Spot? Also Spots. Minecraft. Geiler. Ach man, hier war's doch grad. Koordinierung gleich Null. 0,000. So, Brodi, wir machen jetzt erst mal ein Bett. Und machen es uns gemütlich. Naja, noch gar nicht ganz... Gemütlich kann ich's mal machen, wenn ich die Challenge... ...geschafft habe. Meine eigene Challenge. und ich habe einen Bock auf Monster zu treffen. mehr und essen na ja nicht ich warte bis die balken lassen aber da ist nicht so viel aber was ich brauche die sache ist wir haben sie vorhin gerade gesehen du kannst mit lava kannst du keine endlosquelle machen nur mit wasser mit worte mit worte dort ja das wäre so geil wenn jetzt hier irgendwo noch ein lavasee wäre dann wäre ich ja übel schnell durch wenn ich nicht wieder komplett verkacken das ist das andere ja hier ist genug lava das ist jackpot ist das so wie mache ich das ja ja komplett nicht und flöhnt das sieht so hässlich aus warum so damit wir aber nicht reinfallen haben wir hier und wir machen jetzt das war's fertig egal ich nehme meine schaufel in die hand ihr wisst was ich vor habe oder das weiß jetzt jeder digga wenn ich das gleich geschaffen geschafft habe dann bin ich froh dann bin ich glücklich zufrieden alter das wäre geil schreibt mir übrigens mal in die kommentare wie ihr es gemacht hättet und ob ich ganz gut dabei bin oder ob ich komplett los bin weil kann ja auch sein ja ja komm ich darf halt bloß nicht also in die lava fallen und ich darf das wasser hier nicht drüber travel lassen das wäre richtig behindert digga ist das so ein fucking ernst obwohl wir sind glaube ich schon hoch genug aber hier muss ich halt sowieso ein auffang becken machen ja gut holz bringt mich da nicht weiter auch noch mal stein ach ich habe doch die treppen oder die treppen reichen doch auch aus oder 15 minuten die hälfte ist rum ok ich hole dass ich das schaffe ich hole oder das wäre cool ich baue mir gleich eine treppe hier hoch ist das hässlich aber effizient auf jeden fall gut ja gut hier können wir holz nehmen ja kann man machen zack so zwei stufen habe ich eingesammelt dann nehmen wir noch die hier mit ja ich habe diese dummen steine sind das genügend vier ja ich glaube sollte reichen so als auffang becken ich mache das wahrscheinlich viel viel zu kompliziert aber es ist mir egal was muss nicht hübsch aussehen ne so und dann mache ich hier ne wie habe ich mir das vorgestellt ich kann doch nicht ah doch doch warte so hier zack da brauche ich aber so äh 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 jungen ich mache das viel zu kompliziert ich weiß das jetzt schon ja ich sehe mich gleich in die lauer fliegen ja ja ok ich habe aber ich habe eisen zu wenig oder ok wir müssen noch eisen finden ganz schnell eisen finden oooh alter und mit so viel gelostet damit ich brauche eisen eisen ich lege mir selber erde in den weg ich sehe schon das wir dann eisen scheitern oder 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 dass ich nicht mehr zurück finde das kann doch nicht sein hm dummes schwein stell mich aber auch an alter ja ja da ist noch was ja ganz cool bitte bitte eisen komm doch gönn doch gönn doch einfach gönn doch einfach gönn nicht gönn doch gönn doch smithern jungen jungen digga kontinuierlich hier einfach leer tasses bäm digga das kann doch nicht sein das ist die ganzen drecks höhlen hin ganz ehrlich ja komm nein ach brüdi verarsch mich doch nicht ok ich muss mir die richtung merken wo ich hin muss ich habe nicht mehr viel zeit ich habe 10 minuten gleich wenn ich jetzt dort ach digga mach doch schneller was ist mit dir wenn ich jetzt in dem dorf eisen finde bin ich gerettet oder ich bin doch zu dumm oder find's nicht mehr ach alter bruder das wär so pokers ich brauche ich brauche eisen schmiede 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 keine schmiede ich habe auch schon jahre keine schmiede mehr gesehen an die wenigsten an die wenigsten irgendwas bei sich brot toll nehmen wir mal mit schmiede aber ich bin ja fast reingeflochen fast nur fast Ja Brot Haufen Brot Digga, Farmerindustrie einfach So, wir gehen jetzt zur Hintertür rein Das war nix Dann halt nicht Digga, Emeralds Juge, Emeralds, aber kein Eisen Ey, scheiß die Wand an, ne Scheiß die Wand an, bitte nicht Mach's nicht, aber scheiß die Wand an Hier haben wir gar nichts Das kann doch nicht sein Neun Minuten, scheiß drauf Witz doch Spinne Lückt sich nicht für mich Digga Es wird doch hier jetzt irgendwo ein Stück Eisen geben Das kann doch nicht Sein Kupfer Kohle Yo Alter Acht Minuten Acht Minuten Ich muss wieder hoch Digga, das dauert viel zu lange Jetzt wieder hoch zu kommen Da muss ich ja auch noch Das Eisen backen Bitte verpisst dich Ich hab dich zum Hochbauen, oder? Doch Sieben Minuten Komm Sieben Minuten, bitte So, von welcher Richtung sind wir gekommen? Ich glaube Aus der, oder? Ich hab auf jeden Fall Das Ding hier Von dort gesehen Aus der Richtung So, der gekommen Guter, Alter Oder? Bin ich richtig? Ja Ey, ich muss das jetzt nur noch finden, ne? Und noch ne Wasserquelle Alter, das ist knapp Bitte Glück, lass mich jetzt nicht im Stich Da, da ist es Da ist unsere geile Konstruktion Okay, ich bin sehr gespannt Boah, ich bin angespannt So, hier haben wir Wasser Wasser, Wasser Eigentlich hat man's gleich mitnehmen müssen Ich krieg das nicht hin Komm Komm, Brudi Brudi Mach hin So, zack Zack Eisen Schmelzen Fuck Fuck, komm, mach Bitte Komm Digger 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 Fünf Minuten Die Scheiße Hopp Fünf Minuten Das ist länger Länger, als man manchmal Manchmal denkt, ne? Fuck Keine Fehler Ey, Junge Ich mach ja nur noch Fehler Los, komm Okay Okay, ganz ruhig Wir beruhigen uns wieder Wenn's Ja gut Wenn's noch eine Welt ist Dann kann ich damit leben Entspannende Meditation Zack Komm Brudi Aus neu Komm Bam Bam, bam Okay Alter Ich hoffe Das klappt So, warte Wir müssen Hier hoch Oder? Bin ich korrekt? Ja Okay Okay 4,18 Digger 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 Zählt dieses Dieses Broken Obsidian Was da ist? Zählt das? Das weiß ich Nämlich gar nicht Ich hoffe Das zählt Alter Okay Okay Bro Es müsste klappen Hier nehmt das Feuerzeug In die Hand Komm 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 Nein Wir haben Fehler gemacht Oder? Nein Es ist Es ist 4 hoch Das ist ja scheißegal Warte mal Dann Dann ist es das hier Dann ist es das hier Ey Alter Nein Alter Wie lange Brauche ich Für den Scheiß Eine Minute Oder so Ey Es ist mir so heftig Wenn ich das nicht schaffen würde Eine Minute Komm Komm Brudi Chill Gönn Gönn Ich sehe nicht mal Ob das gerade schon bricht Ah okay Ein bisschen Sieht man es Bro Bitte Bitte Zwei Minuten Nacht Witz Bruder Wie lange das dauert Das dauert Viel zu lange Das dauert Viel zu lange Okay 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 Ich bin noch nie so Bei dem Game ausgerastet Ich schwöre Bam Ja Wir passieren In die Hölle Und jetzt ist die Frage Wenn ich jetzt sterben würde Würde es zählen Oder nicht Schreibt es in die Kommentare Wir haben es geschafft Beim zweiten Versuch Bei der zweiten Welt Ins nieder zu kommen Es ist Es ist viel zu geil Es ist viel zu geil Ah ich hätte es nicht gedacht Digga Ich habe es so Ja ich denke mal Leute werden so sagen Digi Was hast du da gemacht Digga Was hast du für Skills So gar keine Aber scheiß drauf Ich habe es geschafft Bro Und ich sterbe auf diesen Scheiß Magma Yo Wir haben es Damit Um es nochmal zu verdeutlichen Eine Minute 10 Eine Minute 20 War es Wo wir es geschafft haben Alter Ich bin Happy Junge Ich bin so Happy Was Wie geil Also meine Freunde Ich hoffe euch hat dieses Video Gefallen Wenn ja Lasst einen Daumen nach oben Da Abonniert den Kanal Um kein Video Stream mehr zu verpassen Ich mache auf jeden Fall Ein bisschen mehr Auch noch außer Minecraft Aber Minecraft Habe ich schon Bock Demnächst Schreibt in die Kommentare Challenges rein Die ich machen kann Das war meine erste Wahrscheinlich auch die leichteste Mit Könnt ihr einfach mal reinschreiben Ich freue mich Bis das nächste Mal Und tschüss